Cancelo von ManCity kommt leihweise und zwar zu einer Leihgebühr von 0 Euro. Was ist da dran? True. Ja, was für ein super Deal des FC Bayern und seine Sportforscherns Hasan Salihamidzic. Joao Cancelo, der kommt von Manchester City. Und es ist erstens verwunderlich, dass Pep ihn ziehen ließ, weil er war wirklich einer der Leistungsträger in den letzten Jahren. Aber noch verwunderlicher ist es, er kommt für 0 Euro Leihgebühr. Ja, der FC Bayern muss nur das Gehalt von ihm übernehmen und hat dafür einen Spieler bis zum Sommer für 0 Euro. Ja, und wenn Bayern ihn kaufen möchte, dann gibt es auch noch die Option, es gibt eine Vertragsklausel. 70 Millionen Euro ist natürlich sehr, sehr viel Geld, aber da würde man sicher auch nochmal nachfahnen können.